So, hi Leute, willkommen zurück zu, ähm, Dust in Elysian Tale und ich hab den Zettel schon eingesammelt, den lesen wir jetzt gleich mal. Ein Ratschlag. Was ist das für ein Ding? Eine Art Käfig? Was auch immer es ist, das macht einen schrecklichen Lärm. Ab und zu höre ich Wörter, die wie Fett und Rüben klingen. Was soll das eigentlich bedeuten? Ich werde es in den Höhlen unter Aurora verstecken, bis ich die Schlüssel gefunden habe, die ich brauche. Ich muss mir einfach nur merken, so weit nach rechts zu springen, wie ich kann. Höhlen unter Aurora, so weit nach rechts springen, wie man kann. Okay. Hey, Jackie Chan! Huch, nein, ich möchte nicht speichern. Ach, das ist ein Priester. Bei dem kann man speichern. Das ist, ah, das ist Pfeivel der Mauswanderer. Hey, du bist der Outsider. Ja, das ist ich. Das ist großartig. Also du musst deinen Weg nach oben. Maybe you could do me a favor. Depends on the favor. What is it you need? Well, allow me to introduce myself. My name is Faye, and I'm in charge of keeping our guards well equipped. Oh, so therefore equipment is pretty much your fault. In so many words, yes. It's not like I enjoy giving them sub-powered equipment. If I had better materials, I could make better gear. Tell you what, if you could bring me five impites, I would gladly buy them off you for more than the shop will offer. I'll keep my eyes open. Much appreciated. I'll be waiting right here. Okay. Kann ich nicht noch abschließen? Please, let me know if you come across those materials. I'll keep my eyes open. Much appreciated. Also hab ich's noch nicht. I'll be waiting right here. I'll be waiting right here, bitch. So. Ah ja, okay, und jetzt haben wir die World Map. Die Lichtung, 81% erforscht, 65% erschütze. Da war noch nix. Oh, das ist süß. Okay, ähm. Aber, wir mussten ja noch. Oh, das ist so putzig. Ja, dann fahren wir, wir gehen mal zum Schützenpass. Sieht gut aus. Hier können wir Spaß haben, glaub ich. Okay, wir brauchen also hierfür Resonanzstände. Äh, ey. Und zack. Lasst mich mal durch. Habt ihr hier irgendwo Resonanzstände gesehen, Jungs? Das sind doch keine Gegner mehr für mich. Das bist du. Das bist du. Hey, ich mache nicht so viel Ruhe. Warte, du bist richtig. Schau mal, wir haben eine Firma. Okay. Bam! Erwischt. Können wir gar nix. So. Hallo? Netzt hier noch jemand? Irgendjemand? Nein? Sehr gut. Ich zerschreller da die Viecher halt einfach alle mal so instant. Sag mal einer, ich bin nicht overpowered. Du bist nicht overpowered, Ballard. Du hast einfach nur zu krass geläppelt. Weil du ein Cheater bist. Hallo? Ich benutze nur Spielmechaniken. Wenn die halt so schlecht überdacht sind, dass man das so machen kann, ist das nicht mein Fehler. Hey. Ich will das Zeug. Da geht es nicht weiter. Das ist auch sehr hübsch hier. Auch diese wunderschönen gezeichnenden Hintergründe. Das gefällt mir wirklich gut. Na komm. Hübsch. Hübsch. Tatsache, ich kann auch oben den auch raushüpfen. So. Das ist doch schön. Vielleicht lerne ich hier auch irgendwo dann klettern. Können wir nochmal zurück in ein anderes Gebiet und das weiter erforschen. Also. Zwei Schläge. נה? C-c-c-comberschleichter. Ah so, gut ja. so war das nämlich ich vergesse immer die richtigen tasten zu drücken ja wie komme ich da unten durch dazu bist du eigentlich gut für du bist so klein die du doch dadurch hey das ist eine schöne stadt oder hinten ok und zack so hier kommt runter ich krieg euch alle ach ich hab ein level abkommt die so mehr hp oder hat wir nehmen jetzt erst mal ein bisschen verteidigung dazu wir müssen ein bisschen langsam aber sicher auch eine sinnvolle richtung uns weiterentwickeln nicht mehr nur power bämm jawoll ihr könnt mir gar nichts mistviecher ach so oh junge zack naja hey das eine runter gesprungen von mehr nicht mit mir das klick euch alle so damit sie schruten ich kann aber so keine langen kombos machen leider die sterben alle zu schnell weil das hat nur zu meckern hui blö oh plomben okay ich weiß wie mir das gefällt glauben aber seed 108 10 12 Beruf 12 12 es geht 12 lden 13 15 15 15 15 Okay, was haben wir da unten? Hey, der Händler! Und ein versteckter Gang. Aber wir haben keinen Schlüssel. Der Händler mag es heute anscheinend auch nicht. Tja. Huch! Das war unbeabsichtigt, aber es hat geklappt. Ja komm, das ist ja jetzt nicht schwer. Da muss man ja nicht unbedingt auf sich schießen. Hallo! Kein Luftkampf hier. Außer man macht das so. Hallo! Ach ja. Das ist aber gar kein Problem. So. Ah, das war dumm. Ohohoho. Uiuiui. Ich glaube es gibt... Au, ich brenne. Au! Hallo. Autschi. Es gibt vielleicht Situationen, in denen es doch nicht so gut ist, das so zu machen. Das ist irgendwie lustig. Das so zu machen und das so zu sprengen. Der hat den Bauplan getroppt. Ohohohoho. Ohohoho. Nein! Wasser! 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 Ui! Was zur Hölle? Was hab ich grad gemacht? Was hab ich grad gemacht? Hahaha! Ich weiß nicht was ich hier grad gemacht hab, aber... Es war verdammt cool. Was zur Hölle? Okay, also diese... Okay, da komm ich nicht durch. Zumindest nicht so. Nein! Okay. Oh! Autschi. Okay. ok 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 jetzt müssen wir langsam uns mal an muss ich langsam anfangen nachdem ich das erst mal eigentlich gestorben wäre fliegt da irgendwo rüber immer muss ich doch da hoch scheinst du von hier aus da hoch könnte sein ja es ist sogar so ja die eine runde wäre gar nicht nötig gewesen so heilung also das ist nicht schön nicht mit mir so hier haben wir wieder irgendwelche steine die wir aktivieren müssen wo ich immer noch nicht gelernt habe wie das gehen soll da ist wieder glimmer brühe ein speicher ding so popo ja ich auch wieder vergessen zu speichern so regenbogen wasser ouch verdammt wie soll ich die sonst aktivieren bitteschön das geht doch ansonsten gar nicht so wir brauchen neues heilzeug was was und gegen gifte ok ich nehme noch ein leckeres törtchen warum warum ist das lecker ok ok da ist nichts bin scheiße so anscheinend kann ich nicht weiter runter brennen als auf einen lebenspunkt kopf kopf hallo moin ja punk ja ja kann schon mal vollkommen okay 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 Das sieht nicht zu schwer aus. Ich zeige dir was, wenn du mir die Materialien für ihn findest, werde ich das Item für dich kraftieren. So, da haben wir nichts. Haben wir dafür alles? Nö. Haben wir dafür alles? Oh, das können wir brauchen. Brauchen wir das auch mal, also. Dankeschön. Ja, da habe ich schon gesehen. Any time you like? Du weißt bestimmt, wo ich einen finde. Ja, praktisch. Ähm, auch eigentlich nichts. Keine Sorge, ich komme wieder. I'll be big. Das war unglaublich gut. Wieso? Ich weiß nicht, Fidget. Warum? Oh, nicht so tief. Es ist, weil sie dich mag. Fidget, was du mit dir sprachst? Du hast nicht die Signale gesehen? Sie hat dir die Signale gegeben. Das ist großartig, Fidget. Ich habe das in der Augen. Die Signale. Yay. Okay, und so geht die Tür auf. Yay. Huch. Huch. Plong. Ah. Das ist also der Teleporter. Das Mädchen. Mach dir keine Sorgen. Ich habe sie an einem sicheren Ort in einen Käfig gesetzt. Falls du sie hier finden musst, klettere einfach über der Holzbrücke bei Grubenheim hoch nach oben. Und versuch bloß nicht deinen Wandsprungtrick, um sie zu erreichen. Du würdest abstürzen und dir den Hals brechen. Alter, da hat irgendein Psychopath da ein Mädchen gefangen genommen. Was zur Hölle? Ne, da hat aber nichts. Dann gehen wir erstmal mit der Wand nach. Aurora zurück. Schätze ich. Hallo. Na la la. Na la la. Na la la. Huch. So, da ist der Laden. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen. Tala. Moin. Schnuggi. Was geht? So, das suche ich auch nicht. Boah, der Digger ist ja doch hier irgendwie. Wie. Da. Achso, muss ich dir das gar nicht abgeben. Mhm. Tiani. Schauen wir mal. Arme. Ja. Nein. ach ja so ja gut ich würde aber sagen wir haben genug staub aufgewirbelt verhalte und sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin vorne